Hi Leute, ich habe ja schon ewig kein Video immer gemacht, aber ich freue mich ohne Ende auf Watch Dogs, was jetzt diesen Monat rauskommt und Ubisoft hat ja mal einen richtig geilen Werbetrailer gemacht. Da haben sie so einen PC-Shop genommen und haben die Straße an sich komplett präpariert. Dann haben sie das Handy genommen, haben es repariert und haben den Benutzer gesagt, die haben eine spezielle App drauf gemacht, mit der sie scheinbar alles hacken können. Und die Leute fangen das an wirklich zu glauben und ja, alles was da passiert wurde mehr oder weniger inszeniert, aber es ist eine richtig coole Art für ein Videospiel Werbung zu machen, also ich finde es geil. Und hier das Video, aber wozu kann sein, dass ein bisschen Werbung zwischendurch kommt oder so, aber ich versuche die rauszukriegen. Achso, das Video ist von Gamona, der Link ist unter dem Video und der Link zu der Watch Dogs Seite ist auch unter dem Video. Hallo und willkommen zu meinem Shop. Heute, wenn ein Kunden kommt, um seine Telefon zu fixen, werde ich etwas sehr spezielles auf ihn stellen. Das ist ein tolles Giffen, und wir haben Kameras in der Store und in der Straße, so wir sehen, wie sie reagieren. Aber erst, wir warten, um den Kunden zu kommen. Hallo. Okay, hi, da ist etwas falsch mit meinem Telefon. Das ist etwas falsch mit dem Telefon. Da ist etwas falsch mit dem Telefon. Ich schaue es, ja? Okay, danke. Okay, ich werde gleich zurück. Okay, mein Freund, es war nur ein kleines Problem, aber es funktioniert gut. Es funktioniert gut. Okay. Also, ich habe eine spezielle Anwendung für dich auf dieses Telefon. Freie von charge, okay? Du siehst wie ein guter Mann, weil du ein schönes Mädchen, ein schönes Freund. Oh, danke. Ja, keine Worte. Es ist ein spezielles Giffen von mir. Das ist cool. Du willst, wie es funktioniert? Ja. Okay, ich zeige. Okay, du siehst? Ja, okay. Okay, jetzt, wir schauen. Oh, mein Gott. Die Licht, du siehst? Du kannst, wenn du zusammen bist, wenn du zusammen bist. Und wenn du fertig bist, du die Licht wieder aufbauen, wie das. Nein. Ja, es funktioniert gut. Ja, es funktioniert gut, ja? Ich liebe es, Mann. Also, es funktioniert auch aus. Ja, ja. Du willst, du siehst? Komm, 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 komm. Ich habe das schon gesehen. Das ist ein guter Häusch. Du siehst, die Licht? Ja. Ja, das ist das Prinzip. Ja. Ich habe das Häusch. Oh, ich habe das Häusch. Die Licht, die Licht, die Licht aus. Oh, ich habe das gesehen. Das ist die beste App ever. Ich pute es zurück. Ja. Du möchtest Auto? Ich liebe Auto, ja. Okay, hier. Hier geht's. Ist das dein Auto? Das ist nicht mein Auto. Aber es ist offen. Oh mein Gott. Du möchtest? Es funktioniert mit jedem Auto. Komm, ich zeige dir, bevor die Leute sehen uns. Wir öffnen dann. Ich zeige dir. Das gleiche Prinzipien. Hier geht's. All the cars. Es ist offen. Ja, du kannst mit jedem Auto. Okay, komm, komm, bevor die Leute sehen uns. A little. Okay. No, es kann mehr machen. Es funktioniert mit dem ATM. Look, wenn ich das mache. See das? Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Look, everyone take it. Das ist es. Mein Freund, ich erzähle dir, es ist ein speziell gift, okay? Ich will, hier. Du siehst die Traffic Light? Okay. Ich will, du siehst die App. Wenn ich drei, du press die Button. Okay. 1, 2, 3. Hacken. Es ist green. Oh. So, du kannst die Traffic Light? Nein. Du kannst die Kamera. Oh, mein Gott. Wow, wow, wow. Uh, I did? You did that, you see? I didn't do that. No, no, no. I told you to aim at that traffic light. You aim at the other one. Don't run. You have the money, put it away. You have the money? It's gone, yeah. Don't worry. I handle it, okay? Come on. Officer, this car crashed. Because this woman. What? This man. This man? He do all this problem. All this problem? What did you do? He stole it. He stole the telephone from my store. Well, we didn't steal. We didn't steal any phone. He was actually showing us the phone. He's a hacker. He hacked into this system. With what? He used his phone. With this phone? Yeah. What? What? Can I see your phone? What? Your phone. I don't understand. What? He hacked into every system, I tell you. He can speak English, this one. My English. Your English? Not good. Sir? Sir? What is this? How did he do that, sir? He looked. Ask him. He gave me the air. What? I give you nothing. Do you honestly think a phone can do this? Really? I can. You just experienced what you can do in the upcoming video game Watch Dogs. Wow, Watch Dogs? That's amazing. That was amazing. Really? That was amazing, yeah. It would be cool to live in a world like that. It would be cool to hack everything. Yeah. Oh, you did it, man. Uh, Watch Dogs. So, vielen Dank an dieser Stelle an Gamona und an...